youtube herzlich willkommen zurück erneut erneut herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ewig lang ist er bis zur wahl wird jetzt komplett neu also das ist jetzt die beta die wir zocken wir zocken hier eine beta ich habe ganz zufällig als würde heute habe ich ein video aufgenommen bis zur wahl immer wieder wollte ich wieder reinschauen weil es ja ziemlich viele updates gab haben video aufgenommen dann youtube gestöbert und ganz zufällig habe ich video entdeckt auf youtube wo es eben diese beta hier gibt da habe ich mir gedacht hey das müssen wir gucken diese beta ist komplett neu komplett neue map irgendwelche animationen sind dazugekommen was essen und so angeht ich weiß nicht wie gesagt ich habe nicht viel angeschaut aber ein bisschen bisschen habe ich geguckt und es schaut auch schön aus irgendwie das game schaut auch viel schöner so aber wir werden uns mal umgucken weil ich kenne mich jetzt gar nicht aus da hinten ist sogar schon mal was was auf sich jetzt halber nehme ich meinen stand mit weil ich weiß nicht gewohnheitsding von mir ich denke da oben ist ein scharfschütze oder ich weiß nicht mal ob es gegner gibt ich habe keine ahnung wir gucken da jetzt mal rein liegt schon ein bisschen was war was ist hier waffe werden mir recht ehrlich gesagt was war das da noch ein saal ich will nicht wissen was hier passiert ist wenn hier so viele seite liegen problem ich denke immer falsch hallo uch das geht nicht uch was haben wir hier aschenbecher ne da rauch ein mir aha und taschentücher ok leider nix drin leider verschlossen leider kann ich hier nicht nachgucken dann kann ich mit der axt das ne mit der axt werde ich das nicht aufbrechen können oder ne ah cool hier könnte ich pennen super und ich könnte es mitnehmen was ist mit den reifen hier geht nicht ok schade dass ich kein brechersen habe das kurz noch rundherum gucken vielleicht ist da noch was generator baseballschläger der gute alte basinger wer kenne den nicht hol den baseballschläger raus passt ich bin super bewaffnet so wir könnten von hier oben gucken hier ist das schwarze loch da gehen wir vielleicht nicht hin hier sind irgendwelche tiere kenne ich jetzt nicht da hinten da unten glaube ich sehe ich noch kleine stürflein da gucken wir hinten hier guck mal hin schwarze loch ich weiß nicht was jetzt ups au ja ok das war ein bisschen zu hoch ich bin leicht umgeknickst aber sonst kein problem so hört man mich eigentlich gut ich hoffe doch ich bin immer noch ein bisschen am testen audioeinstellungen und so wenn nicht dann bitte schad geben aber ich würde es dann eh am ende ich werde mir es ja den ehren hören so ist ja nicht oh wohnmobil auch wenn ich so ein oh mal eh so ein wohnwagen wäre schon cool ich wollte schon immer einen wohnwagen haben auch in echt jetzt ich hab ich hab das immer diesen gedanken richtig cool gefunden du fährst irgendwo hin du bist doch gleich zu hause ne also also weiß nicht feier ich ich kann sicher bald nichts mehr aufheben ich will jetzt nur ein kurzes video nur mal reinschnuppern es ist schon ziemlich spät ich bin schon ziemlich müde also verzeiht mir mein blödsinn den ich vielleicht oh schuhe das geht natürlich wieder nicht ja verzeiht mir den blödsinn den ich vielleicht vor mir geben werde so schuhe das war hier so schau mich an wie stabil ich bin oder sixpack und so alles am start die apokalypse ich hab überhaupt keine spuren das könnte man nehmen als base ok kann ich aber auch reingehen jup kann ich dieses bett hier nutzen das sieht so aus als würde einer unter der decke liegen ein bogen ach ne das geht wieder nicht weiter kurz da muss ich nur ganz kurz den stein brauchen wir jetzt nicht mehr ok am bogen öffne das sonst nix ja komm zucker und salz da ist nix zum öffnen den bogen den klatschen wir hier runter leider nur zwei pfeile aber egal die kann ich ja wieder aufheben so öffnen wir uns mit dem bogen ah warte mal ich glaube ich muss die pfeile die muss ich hier reinhauen oder oder war das hier oder muss ich die auch runterhauen oder muss ich die die wo muss ich die pfeile hinhauen da war doch irgendwas ich weiß ja was ist das das ist ein neu ey du kriegst nen hund jetzt ok skill ist klar da ich hab warum hab ich das nicht gesehen na warte mal muss ich den da reinhauen was ist das jetzt Torso so am rücken vielleicht egal wo ich das hintue es funktioniert nicht aber wieso hat das nicht hin jetzt brauche ich einen köcher ja könnte sein dass ich einen köcher brauche ohne köcher zieht nicht oder wie crafting keine ahnung lassen wir mal gut sein ok wir gucken uns noch weiter um kann ich halt nicht mit dem bogen umgehen bin ich zu blöd für gut äh wo könnte man hin wo könnte man hin da hinten ist noch was da könnte man hingucken ah interessant interessant ich find das cool mit einer neuen map und so mal was anderes ist oh hier hoch müssen wir dann noch kriegen wir jetzt aber nicht hin haben wir hier ist ein fahrzeug was ist das für ein verdammtes geräusch das ist ein bär oder uff was war das für ein geräusch na klar ich sehe ein bär warum nicht autobatterie schon hier super ah kacki kacki oder was machen wir jetzt komm ich hier hoch ja ach schau wie ich da rüber klettere schaut ja richtig gut aus gönnen wir sich die autobatterie gönnen wir sich das hier nicht mehr gut ähm was haben wir hier das interessiert mich grad nicht ich find den bären ein bisschen störend hier öffne das pass auf ich klatsch da gleich die autobatterie rein okay du wirst nämlich mein fahrzeug ruht mich auf der bär kommt nicht in der zwischenzeit du wirst mein fahrzeug obwohl da hinten ladefläche kofferraum wärmer lieber wenn ich ehrlich bin aber ich kann ne stimmt gar nicht kofferraum wärmer nicht lieber ich kann nämlich diese kisten drauf kloppen also ist das schon besser gut ich trau mich jetzt nicht wirklich dorthin wegen am bären aber ich mach's jetzt einfach mal mach einfach die Tür zu aha Schottimonie wo ist die Schottie im Holz hier haben wir ein bisschen Zippo-Benzin Klebeband 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 ist aber auch wichtig ne lass mal gucken was könnte ich auf was könnte ich verzichten die Seile eher weniger Streichhäuser würde ich sagen vielleicht ich glaub die findest du ohne Ende überall Klebeband Klebeband wär mir wichtiger so ist der Bär noch hier oh schau wie süß er ist müde denn gleich in den Arsch treten braucht nicht müde sein so wie markiere ich mir jetzt eigentlich die Stelle hier ich find hier nie wieder zurück ich hab die Autobattarie reingeloppt na pass auf die Autobattarie nehm ich mal wieder mit die nehm ich wieder mit ja vergeuden wir halt ein bisschen zart so wie's nämlich gut gut stand immer nix hier oh oh ich weiß nicht wieso sein Ding ist was er so sieht wo ist er hinten? dahinten ok da gegen einen Bären möchte ich mich jetzt nicht also mit einem Bären möchte ich mich nicht anlegen jetzt ah da möchte ich aber trotzdem noch hingucken kurz in den Kofferrahmen wenn möglich ich geh auf Sneaky liegt's drin ok was von drin ist interessiert mich nicht ich hab gut wir gehen hoch aber so recht hübsch die Gegend, hm? gefällt mir ok warte mal Scheune oh was Zombies hundertprozentig sind hier irgendwo Zombies und wenn jetzt ein Nebel kommen wird ah ich geh da mal einfach kurz reingucken hallo hallo niemand hier gut aber nicht nix da kann ich auch gar nicht reingucken das ist schade hier ziemlich leer ah liegen hier diese Dinger liegen da endlich viele herum jetzt richtig viel Zeug gut zum craften dann aber grad aktuell hilft mir das nicht kann ich in sowas einsteigen? das wäre super aber gucken ob hier irgendwo Zombies drin sind aber ich denke nicht hören tue ich auf jeden Fall nichts da kommst da kommst du ja gar nicht richtig rein ich glaub die 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 Häuser die meisten sind leer kann das sein? ach was das aber immer springen muss hier ist gar nix gut das habe ich aber in dem YouTube Video auch gesehen dass die meisten Häuser eben leer waren das ist vollkommen in Ordnung das ist noch ne Beta alles alles in Ordnung hier kommst du ja gar nicht ran hier kommst du ja gar nicht ran okay hier kommst du ja gar nicht ran okay ja super durch so lass mal gucken ob wir hier irgendwas sehen hier hinten seh ich noch was seh ich ein Schwein alles gut du bist cool ich bin auch cool lass uns beide cool sein und nichts tun ich hoffe ich hab mal durch das Update jetzt nicht mal einen anderen Spielstand den ich heute begonnen hab ähm ruiniert weil ich weiß ja nicht inwieweit wir hier die Beta zocken können weil wir sehen in den Häusern ist nix drin keine Ahnung ob es Zombies gibt wie gesagt ich weiß nicht was es gibt aber wenn es keine Bedrohung gibt dann brauchen wir das Spielchen noch nicht spielen kann ich diese Hütte besetzen die würde mich interessieren wenn ich ehrlich bin ja ich glaub da hängt nix okay ich komm hier gar nix siehst du da ist nichts drin wir kommen noch gar nicht ran da ist auch nix drin was haben wir hier Waffenteile okay ja gut lassen wir mal liegen ich kann sowieso grad nicht mitnehmen was was liegt denn hier okay cool cool ach da haben wir eine Axt aber die hab ich schon Rucksack wär 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 nice da ist da ist ziemlich Sprit drin ein Blatt bisschen Krempel okay ja ich vermute mal dass die dass diese Beta hier noch nicht zu 100% spielbar ist wir haben noch was wir haben noch was da gucken wir noch hin ne da sind zwei Bären na super es gibt wenigstens Bären na gut die kann man ja umlaufen so ist ja nicht oder war ich hier nicht schon weil die Tür ist offen könnte sein dass ich grad in den Kreis renne ich kann mich aber nicht daran erinnern dass ich hier war oh ich glaube ich höre ein Zombie ja sogar zwei er kommt zum Fenster kriege ich ihn da an ja ja kann ich drauf an Bruder pass auf ich hole schnell mal die Axt raus so falscher Knopf warte kurz ich muss das gut timen ich krieg's nicht hin fuck wie macht man sich ein Speer warte kurz ich brauch ein Speer ich muss geradeaus stoßen und nicht schwingern das ist wichtig ich habe gelernt zu stoßen und nicht zu schwingern wie macht man sich nochmal den Speer ach ich hab kaum noch Leben doch das könnte man nehmen ja ne ho 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 gut kann ich nicht nehmen man ich blute nirgends und so ähm Crafting hier oben ähm Digi ein Stock Messer ich habe kein Messer mit Axt nicht möglich ja kacke ich muss das so versuchen was ich finde jetzt ein Messer doch kann ich gar nicht nehmen warte kurz wir droppen irgendwas was droppe ich ich droppe die Dinger davon gibt's Unmengen ja ist gut ohne Messer krieg ich da jetzt nix hin hast du tut mir leid ich habe leider keins eine Machete eine Machete wird glaube ich auch gehen ja bisschen komm ich wieder nicht ran hier das ist verschlossen hast du hier ein Messer liegen hier geht nicht zu die rennen bestimmt raus und kill mich jetzt so drauf gehen grad eben hundertprozentig ja komm mal her ich glaube mit dem Baseballschläger war es am besten komm mal her hier ich bin mutig oder dumm fuck ok ich bin down das war dumm das war dumm aber ok passt schon alles gut wie schon das Sachen hab ich alle verloren gut sind fast leer macht aber gar nix wie gesagt das ist die Beta hier wird's glaube ich nicht zu viel tun geben wo war das das war hier war das nicht das war irgendwo da hinten ja das macht nix das ist alles gut alles in bester Ordnung hier guckt man sich ich hab da hinten ein Dorf gesehen oder so ins Städtchen da gucken wir jetzt nochmal schnell hin mal schauen was wir so hinkriegen noch es ist halt blöd weil ich hab da so eine komische Angewohnheit ich kann's nicht sein lassen da hast du jetzt den Salat alles weg was hab ich denn großartig gehabt die Axt ist weg ja ist alles weg super schau mal was wir hier finden das sind ziemlich viele Gebäude aber ich glaub da wird überall nix drin sein der der in das in der 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 zur die Ich habe wenigstens noch die Autobatterie. Das ist super. Oh geil, was zum Essen. Ich könnte was zum Trinken vertragen, sehe ich gerade. Oh, schau wie cool. Kriege ich gleich direkt durch. Hey, finde ich cool, dass er die Dose öffnet. Warte, da gucke ich jetzt noch nicht. Oder gucke mal rein, ist ja egal. Aber ich glaube, da wird nichts drin sein. Ich glaube, das ist noch unnötig. Ja, das ist... Ja, das ist nichts. Gut, gut. Warte mal, wollte ich das Atok sehen? Hier. Noch ein Airturn, ein bisschen Sprit. Hier, mein Reifen. Oh gut, vielleicht kriege ich gute Sachen zusammen. Siehst du. Siehst du? Ich mache gar nichts, dass ich Sachen verloren habe. Ich finde wieder Sachen. Ich habe eine Zündkerze, ich habe Autobatterie, ich habe einen Reifen, ich gebe mir noch einen Motor, drei Reifen und ich bin weg. Ja, und ein bisschen Sprit halt. Da hätten wir auch noch Essen. Das Dose geht nicht. Was habe ich denn da? Komm, du kommst weg. So. Aha. Mal hier. Aber wenigstens hast du hier überall was drin. So, was auf. Das tue ich weg. Äpfel könnte ich vielleicht anessen. Ja, könnte man essen. Warte kurz. Kurz. Boah, cool, Alter. Cool. Dann gönne ich mir das hier. So wollte ich das nicht. So. Da hinten ist noch ein Airturn. Ich glaube, die Airturn sind am besten zum Looten, jetzt gerade aktuell hier. Da gucke ich an Munition. Alkohol? Ähm. Ja. Ja, kacke. Ich habe nichts. Ich habe nichts für die Waffe. Kriege ich hier die Tiere auf? Nein. Okay, cool. Aber ich fühle mich mächtig mit der, okay? Auch wenn ich keine Munition habe. Das ist das Wichtigste. Das Gewühl, das man dabei hat. Oh. Oh. Ey, was? Das geht nicht. Kriege ich das da so hin? Wieso kann ich denn das nicht? Ja, komm. Gott, dem Himmel. Das kann ich wieder nicht nehmen. Aber ist gut. Das läuft mir ja nicht davon, ne? Das ist ja nicht... Ich weiß, wo ich es kriege. Aber irgendwie so ein Rucksack oder so... Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder? Du hast ihn... So. Irgendwie so eine Kiste zum Mitnehmen. Obwohl, das wäre ja unnötig. Da ist nichts drin. Ah, was ist denn? Ah, leider, das geht nicht. Essen und trinken ist nicht das Problem hier bei mir. Da ist so viel da, das kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Da ist ein Motor. Jetzt habe ich einen Motor auch noch. Ach Gott, jetzt muss ich wieder was... Pass auf, wir essen wieder was, oder? Ich glaube, wir essen was. Wir essen noch einen Apfel. Schaut so cool aus. Jetzt fehlen nur noch drei Reifen und Sprit. Und wir sind weg. Und los geht's. Und los geht's. Guck mal schnell. Gott, ich brauche nur noch einen Kanister und drei Reifen und ich bin weg. So ein Glück werde ich jetzt nicht haben, oder? Ach, ne, mach hier der... Ach, Gott, gut. Zum Glück bin ich wieder retour. Ähm... Tragen wir kurz das, nehmen kurz das. Machen wir das kurz so, machen wir das so. Tschak, tschak, tschak. Nehmen das wieder. Habe ich hier schon reingeguckt? Ja. Bestimmt. Nehmen wir die Machete in die Hand, dann fühlt man sich noch mächtiger. Super. Ähm... Habe ich denn das Auto schon reingeguckt? Ich habe bestimmt einiges übersehen. Ah, ich glaube, da haben wir schon reingeguckt. Da haben wir auch schon reingeguckt. Da haben wir auch schon reingeguckt. Mal kurz gucken. Da oben ist, glaube ich, noch was, wenn ich mich nicht verdue. Oh, da sehe ich das richtig. Ja. Ups, ich habe die gar nicht gesehen. Oh, oh. Okay, ich muss die Beta anscheinend doch ernsten. nehmen. Ich muss die viel ernster nehmen. Da komme ich mit der Machete auch nicht an gegen die jetzt. Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch. Au. Hier ist ein Reifen. Oh, das ist ein Lager von denen. Aber ein richtig großes. Nicht so wie bei dem alten Ding. Das sind nur so drei Leute, die herumgehen. Das ist so ein richtig fettes Lager. Das ist... Okay. Gut. Merke ich mir. Weiß ich, wo ich ist. Ah, wo das ist. Ich darf da nicht runter. Ich komme da nie wieder hoch. Äh, kacke. Ich würde so gern. Ich würde so gern. Ich könnte speichern. Wir könnten das Game speichern. Könnten. Zum Abschluss. Da jetzt runter. Und versuchen, so viele zu töten wie möglich. Oh, ne. Das werde ich nicht überleben. Okay, warte mal. Ne, das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich muss das auch überleben. Das zählt nicht. Komm, warte. Wir machen das gleich nochmal. Gleich nochmal. Wir laden das Ding. Das ist überhaupt kein Thema hier. Wenn sich da was tut. Weil das zählt nicht. Ich muss das schon überleben. Okay. Okay. Es tut sich gar nichts. Doch, 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 doch. Loading Game hier. Zack. Day One. Zack. Ah. Ich habe es nichts gehört. Okay. Tja, mal wie gut das gespeichert hat. Schade, dass ich keine Munition habe. Sonst würde ich die wegballern. Gut. Wie komme ich hier am besten runter? Ich glaube gar nicht, oder? Kann ich hier nicht irgendwo weich fallen? Da ist einer gefangen. Nein, ich rutsche ab und rutsche ab und bin schon wieder tot. YouTube ist keine Möglichkeit von oben nach unten. Ich muss durch die Menge. Ist nicht möglich. Aber in der nächsten Folge. Ich finde es cool. Ich werde da noch ein bisschen weiter herum zocken und testen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Haut rein. Und immer brav sein. Tschau. Und dann. Das heißt, das ist ein bisschen unterhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017